So, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten Video, nämlich ich habe gerade noch schnell rumgeguckt, weil ihr wisst ja, wenn ein Update kommt, wird auch alles neue wieder aufgespielt, bedeutet auch die ganzen Skins sind bereits in den Quellen und die Leaker setzen sich natürlich direkt hin und gucken natürlich die ganze Zeit, wie sieht der Skin aus, laden sich das runter und hast du nicht gesehen. Hier sehen wir zum Beispiel schon mal den ersten Skin, ist auch vom Things 6 hochgeladen, also nicht wundern, ist ein komplettes Video, wir gucken gerade einmal durch, aber ich sage jetzt schon, jeder Skin sieht interessant aus, sagen wir mal so, wir gucken einfach mal weiter, was für Skins wir noch bekommen, gut den Skin kennen wir ja schon, den bekommen wir sobald wir die Zeitschrift bekommen, die müsste jetzt eigentlich auch bald kommen, dann der Skin hier sieht eigentlich nicht so schlecht aus, aber wir sehen das Ganze gleich noch im Spin drin, also der hat auch was, aber passt auf, gleich wird es wirklich cringe, Achtung, also der Skin geht noch, jetzt passt auf, der ist auch nice, also ich hätte lieber den Skin gesehen bei Tom, was ist das? Was ist das für ein Skin? Zu krank, oder? Also ohne Quatsch, habt ihr jetzt die Skins so schon gesehen, wir gehen jetzt nochmal in den Shop, also in den Spind rein, schreibt mal bitte, welchen Skin würdet ihr euch davon holen? Gut, den ersten ist klar, aber den zweiten und dritten, ja gut, eigentlich jeden Skin, außer den Skin hier, der Skin ist, also ich weiß nicht, aber wir wissen ja, wir haben auch immer so ein bisschen Fantasie-Skins drin, aber hier der Skin, der sieht echt nice aus, und der hat irgendwie was, ich weiß nicht, könnte vielleicht da anliegen, dass es eine Frau ist, kappa, so wir gucken mal weiter, So, dann kriegen wir noch ein neues Demote, okay, jetzt eigentlich auch nichts so Besonderes, okay, ein bisschen verschwitzt, alles klar, und dann bekommen wir noch drei Pick-Axe jetzt neu rein, ja die finde ich ein bisschen zu wuchtig, die ist nice, die hat definitiv was, So, dann bekommen wir noch einen neuen Kleider, das ist das hier, und das war's auch schon wieder, also so viel Neues bekommen wir eigentlich gar nicht, aber schreibt mir wirklich bitte in die Kommentare rein, was davon würdet ihr euch gönnen? Also ich sage euch direkt, der Skin hier definitiv, also der Skin ist wirklich nice, dann Harley Quinn ist klar, der hier ist auch, also der sieht, gut, der ist natürlich jetzt klar, schwarzer Hintergrund, Da wirkt das Ganze eh immer anders, aber ich sage ganz ehrlich, warte, wo ist der Skin? Der Skin hier, naja, also da sage ich ganz wirklich, wer sich den kauft, der hat definitiv einen ganz seltenen Skin, den es vielleicht schon öfter und dann im Shop gibt, also auch selbst das bezweiflich, aber wer den spielt, also da sage ich echt, Prost Mahlzeit! So, ich hoffe euch haben die Leaks gefallen, wie gesagt, schreibt mir gerne wirklich diesmal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet, und in dem Sinne bin ich dann schon wieder raus, euch noch, wie gesagt, viel Spaß beim Leveln, seid gespannt, was uns noch erwartet, und haut rein!